Hi Freunde, jetzt zeigen wir euch, wie ihr Stifte verschwinden lassen könnt, mit der An- und Aus-Funktion am Handy. Wir machen als erstes die beiden Stifte aus meiner Hand, weil die nerven gerade. Also auf jeden Fall braucht ihr die. Und sie sind weg, ne? Und jetzt zaubern wir sie einfach wieder her. Und da hab ich sie wieder. Und jetzt trenne ich sie, und zwar der rote kommt jetzt in die andere Hand. Wo ist gerade mein Handy, halt? Also die da. Und er ist drüben. Ich muss immer schub bringen, um hier mal einen Saure-Trick zu machen. Ja, und jetzt lass mir den noch verschwinden. Weg! Weg! Vielen Dank.